Franziska Giffey, wir kennen sie noch in ihrer Rolle als Bundesfamilienministerin, ist ja jetzt Bürgermeisterin in Berlin. Und in dieser Aufgabe stattet sie nun die Polizei aus, so wie beispielsweise mit diesem Toyota Yaris, ich konnte es eigentlich kaum glauben, als ich das gesehen habe, und diesen Toyota Yaris gibt es mit ganzen 72 PS in der Grundausstattung oder auch mit BMW Scootern. Ich glaube, dass die Berliner Clans bereits jetzt vor Angst zittern werden. Also das Ganze ist ja nicht nur ein Grundproblem in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Also damit meine ich nicht die voll ausgestatteten, schnellen Autos und Motorräder. Nein, es ist das Politikversagen. Denn die Politik lässt unsere Sicherheitsbehörden, die im Zweifel ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren, vollständig im Stich. Die Regie sagt mir, ich soll das jetzt im totalen Sympathiestyle machen. Es sei total wichtig, ich soll das jetzt in jedem Video von mir geben. Also mache ich das zukünftig. Nichts mehr verpassen, jetzt meinen Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Mach dir nochmal bitte vielen Dank dahinter. Was? Bitte vielen Dank dahinter. Vielen Dank. Ich bin jetzt nochmal da. Meine Regie sagt mir jetzt, ich habe das vielen Dank am Ende vergessen. Und deswegen sage ich das jetzt. Also nochmal alles von vorne. Zukünftig nichts mehr verpassen. Das habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Jetzt Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Vielen Dank. Halleluja, 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 Halleluja. Vielen Dank.